Wo wollt ihr raus? Links, rechts. Ihr habt mich nicht dabei, so versucht euch das enge möglich zu machen, ihr Bobs. Saldes kommt zu mir. Chaos ist ja hinten bei mir. Ich bin Abte, ich wett, ich wett recht. Hab reingekickt. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Messen, dann gehen wir auf Heiler. Drei, zwei, eins, jetzt. Auf der anderen Seite, ich bin gewirbelt, der hat Shroud gezogen. Saldes, pass auf, zieh irgendwas. Ich hab Karte. Chaos von mir war jetzt schon drauf. Drück aufs Gau. Ich mach mal, oje. Gau. Oh. Er hat halt jetzt... Er hat mich halt geflasht, ich war da raus. Ich messe auch viel. Heiler, heiler, heiler. Hat's gehört. Ja, Tank ist raus. Oh. Er hat einen Erfolg dafür sogar bekommen. Na, das war die Eroberung. Ich kann ihn vier Sekunden metzen. Chaos ist weiß. Ich hab in zehn Sekunden Harzan. Ich kann den Harzan schon machen, also. Ich bin in Flashbang, Dispin, Dispin. Ich metze in 3, 2, 1, jetzt. Hat Harzan. Hat aber gebrochen. Meiner kommt hinterher. Tank ist, macht weiter. Faulwurm erledigt. Die Frosche sind auf dem Wegfahrt. Wer ist ein guter Faulwurmkiller? Die Frosche sind auf dem Wegfahrt. Was ist denn mit Skar passiert? Der ist instinkt... Der ist einfach geplatzt. Das gleiche wie mit mir. Ja, weil der... Den Guard relativ spät erst auf den Weg, ne? Und wenn ich dann mal zweimal kritze, du kritest zweimal, dann ist es halt schon mal vorbei, ne? Das war so ungewohnt, ne? Ein doppelter Lichtshirtwurf hat gekritet, der hat dem 7K reingedrückt. Der hat von mir einen 10K Mall bekommen und noch einen 8K entladen hinterher. Das war so voll ungewohnt, ne? Ich sag, ich mach mal ein bisschen AOE. Skar ist tot. Öh... Okay... Egal, konzentrieren. Ich stelle mich jetzt wieder hier so da... Oh fuck, hier so dahinter. Ich stelle mich noch ein bisschen zu weit weg von mir. Da kommt's... Ich stelle mich noch ein bisschen nicht zu weit weg von mir. Da kommt's... Da kommt's... halt es hat gerade gleich gemessen gewirbelt gleichzeitig haltest du hast gar nichts an ich messe wir gehen auf einer 321 heiler rüster er ist um die die säule gelaufen hat irgendwann nach geht auf sein also heißt es gewinnt genau zu nehmen das war es ja dann in zehn sekunden wie dann aus kaios ok wer ist und wir gehen auf kaios ein hat gar hat gar jetzt kannst du messen in der flashbang ist wieder gut hab dich nicht ich denke ich bin wieder gehoben im strafland zwei jahre zweiter hat durch den Tänk-Tänk was das auswacht ich habe ich habe alles ich habe Rekker noch freiner okay das ist 1 geht aufs Kausch und soll ich so ist das ja und ist da deutlich zu sein ob das schreien oder soll ich es lassen? Nein, du gehst noch mal zu sehen aufs TS. Einfach ignorieren. Ein ganz starkes Spielverlänger. Ja, ich könnte eigentlich mal aufs TS gehen. Nein, lass es sein. Komm, wir stehen da drüber. Wir stehen da drüber. Wenn die es nötig haben, wir haben es nicht nötig. Und wir gewinnen öfter als die. Boah, wo ist mein Spot?